Vor allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Bücher sind irgendwann überall. Die saßen sogar im Tee. Und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich hab so einen richtigen Kampf mit den scheiß Büchern angefangen, ja? Und es waren eigentlich keine mehr da. Und ich hatte diesen Tee ewig nicht getrunken und ich dachte, oh, so ein schöner Weihnachtstee. Nach Aung, da saß da so ein Monstrum von Mane, die war... So lang, aber dabei so breit. Und die haben so komische Fäden, in denen sie dann so drin hängen und dann hab ich eine Panikattacke gekriegt. Dominik? Hallo? Bist du hier? Super. Jetzt gleich? Ja, ich komm vorbei. Super. Tschüss. The Hungry Teenage Bullshark attacks. Attacks. Ah, 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 ah Ah, 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 ah